Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens, DeliDax, dem heutigen Donnerstag, dem 24. August 2023. Ein spannender Handelstag liegt zurück, verehrte Damen und Herren, denn ja, wir hatten alle gestern Abend gespannt natürlich auf die Nvidia-Zahlen geblickt, die richtig überzeugen konnten. Kurzfristige Kurs, Euphorie und dann setzten auch bei diesem Titel Gewinnmitnahmen ein. Nichts anderes haben wir dann auch bei den Aktienmärkten selbst miterleben dürfen, denn auch der deutsche Aktienstext zunächst gut gestartet, starker Rückenwind eben von der amerikanischen Wall Street, kletterte der Leitendex bis auf fast 15.900 Punkte und ging eben dann nur noch oberhalb der Marke von 15.600 Punkten aus dem Handel. Und damit bestätigt sich genau das, was ich nämlich prognostiziert hatte, nämlich eine mögliche technische Erholung, ausgehend eben von der Unterkante der ausgebildeten Megafon-Formation. Und diese sollte eben ihr Ende finden in Richtung der gleitenden Durchschnitte und dann eben nochmals dazu führen, dass wir auf die Unterkante aufsetzen, respektive vielleicht sogar die 200-Tage-Linie austesten. Der Grundstein ist auf jeden Fall gesetzt, der Abpraller ist erfolgt und solange wir eben hier oben durch das Trippel von Widerständen nicht durchkommen, halte ich auch unverändert an meiner Kursprognose fest. Wir machen weiter mit einem Blick auf den Automobilhersteller BMW. Die Charttechnik-Situation, nun ja, wir sehen rückblickend, der Aufwärtstrend, der wurde irgendwann durchbrochen, dann sah man in den Pullback, hier hat man eine Top-Bildung forciert gehabt, dann kippte die Stimmung, nachdem wir eigentlich hier signifikant dann Anfang August eben runtergezogen worden waren. Und mit dem Unterschreiten eben dann der 100-Tage-Linie war so ein bisschen die Stimmung wirklich angekratzt und seither sehen wir eben auch, es ging weiter bis zur 200-Tage-Linie und auch dieser gleitende Durchschnitt scheint jetzt keinen Halt mehr zu bieten. Was kann das für BMW kurzfristig bedeuten? Kurse in dem Bereich zumindest von rund 93 Euro sind hier alle Male möglich. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen früh, dann wieder mit dem Blick auf die Wall Street.